In diesem Video geht es um die Emission des Reward Tokens. Das heißt um die Frage, wie die Reward Tokens ausgegeben werden. Das wird sehr oft durch einen speziellen Smart Contract geregelt, der Masterchef Contract. Der Masterchef Contract ist die häufigste Form einer Yield Farm. Fast alle Yield Farms basieren in der einen oder anderen Form auf dem Masterchef Contract. Dieser Smart Contract stammt ursprünglich von SushiSwap und diente dazu, Liquidität von Uniswap abzuziehen. Die Idee dahinter bestand darin, dass die User Sushi Tokens als Reward bekommen, wenn sie ihre Liquidität bei SushiSwap eingelegt haben, anstelle von Uniswap. Wenn man verstehen möchte, wie Yield Farms funktionieren, dann ist es gut, sich mit dem Masterchef Contract zu befassen. Der Masterchef Contract enthält eine Reihe von Pools, in die man festgelegte Tokens einzahlen kann. Häufig geht das über LP Tokens, die man von Decentralized Exchanges bekommt, wenn man dort Liquidität zur Verfügung stellt. Es kann aber auch Pools geben, in die man ganz einfach Tokens einlegt, wie zum Beispiel den DAI, den USDC und so weiter. Wie viele Pools es gibt und welche Tokens eingelegt werden können, das bestimmen die Betreiber der Plattform. Wenn man Tokens in einen Pool einzahlt, dann nennt man das Staking. Die Tokens liegen dann in dem Pool fest und können weder von einem selber noch von der Plattform weiterverwendet werden. Also auch die Plattformbetreiber haben beim ursprünglichen Masterchef Contract keinen Zugriff auf die eingelegten Assets. Das ist natürlich etwas, auf das man sich nicht blind verlassen sollte, sondern bei jeder Yieldfarming-Plattform vor der Einlage prüfen sollte. Viele Plattformen lassen daher vor dem Launch ein Audit von einem unabhängigen Team erstellen, das den Usern bestätigt, dass die Einlagen nicht vom Plattformbetreiber entnommen werden können. Obwohl die eingelegten Assets von den Plattformbetreibern nicht entnommen werden können, kommt es häufig vor, dass bei der Einlage eine Deposit-Fee von ein paar Prozent anfallen, die an die Plattformbetreiber gehen oder auch ganz anders verwendet werden. Es ist jederzeit möglich, die eingelegten Tokens wieder aus dem Pool zu entnehmen. Das nennt man Unstaking und Staking und Unstaking heißen manchmal auch Deposit und Withdraw. Solange die eigenen Tokens im Pool eingelegt sind, sammelt man Reward-Tokens an. Die Reward-Tokens fallen beim Masterchef Contract mit jedem Block an und werden in einer konstanten Menge pro Block ausgegeben. Die Reward-Tokens werden aber nicht automatisch ausgezahlt, sondern müssen vom User selbstständig abgeholt werden. Den Vorgang, die Reward-Tokens aus dem Pool abzuholen, nennt man Harvest. Man kann beliebig oft seine Rewards abholen, die abgeholten Tokens werden dann in das eigene Wallet übertragen. Auch beim Staking und Unstaking werden die aufgelaufenen Rewards automatisch abgeholt. Die Pools enthalten einen unterschiedlich hohen Anteil an den laufenden Rewards, sodass manche Pools bevorzugt werden. Wie die Pools untereinander gewichtet sind, wird durch den sogenannten Multiplier oder die sogenannten Allocation Points festgelegt und bei den Pools auf der Website der Plattform in Form eines so und so viel X angegeben. Also 18X, 6X oder 3X. Wie profitabel ein Pool ist, hängt also vom Pool-Multiplier ab. In unserem Beispiel bekäme der erste Pool mit dem Multiplier 18X also folgende Rewards. Zunächst werden alle Multiplier addiert. Hier ergibt das dann 27. Die 27 ist die Summe aller Multiplier von allen Pools. 18X ist also nur der Anteil des Pools an der Summe aller Multiplier. Es gibt 30 Tokens für alle Pools zusammen. Davon bekommt der erste Pool einen Anteil, der 18 durch 27 entspricht. Das sind in dem Fall 20 Reward Tokens, die der erste Pool pro Block erhält. Die übrigen 10 Tokens werden auf die anderen Pools nach demselben Schema aufgeteilt. Die 20 Reward Tokens werden dann noch unter allen Usern aufgeteilt, die in den Pool eine Einlage gemacht haben. Der eigene Anteil entspricht dann dem Anteil der eigenen Einlage. Wenn wir also 10% der Einlage des Pools gemacht haben, erhalten wir 10% der 20 Reward Tokens pro Block. In diesem Fall also 2 Reward Tokens pro Block. Die Anzahl an Reward Tokens, die man bekommt, hängt also von verschiedenen Faktoren ab. Der Emissionsrate des Reward Tokens, zum Beispiel 30 Tokens pro Block. Und wie lange man in dem Pool drin bleibt. Vom Multiplier des Pools, in den man eingelegt hat. Von der Gesamtsumme aller Einlagen und dem eigenen Anteil. Und der eigene Anteil kann dabei sinken, wenn andere User in den Pool einzahlen. Der Pool verwässert dann nach und nach die eigene Einlage. Daher lohnt es sich sehr oft, am meisten in der Anfangsphase eines Pools zu investieren, wo die Yield Farm noch unbekannt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017